Hallöchen, wir fliegen mal eine Runde mit unserem MV22 und da sind wir ein, oh, da ist ein Kollege von uns, hallo, Kollege, ich glaube, er hört uns nicht, ist ja auch, wow, what the hell, ich glaube, er ist mir hingefroren. Heilige Scheiße, seht euch das an. Geile Nummer. Geile Nummer. Äh, jetzt ist anscheinend nur einer gestorben. Heilige Scheiße.